Guten Morgen meine Damen und Herren, guten Morgen Peck 6. Ich habe mir gerade ein Grundstück da gekauft und jetzt habe ich temporär minus 4,5 Millionen, schon einmal nicht umeinander, Eminem, minus 4,5 Millionen meine Damen und Herren. Natürlich rumpelt es hoch und versucht jetzt einen Ausgleich zu schaffen. Hier habe ich das Grundstück gekauft, irgendwie ist es noch nicht freigegeben. Das hat mir ein paar Millionen gekostet. Das ist übrigens nicht die Pecksfarm. Nein, die Pecksfarm ist noch nicht so weit. Das ruckelt natürlich jetzt alles und gibt überhaupt nicht hinterher. Das ist ja der Wahnsinn. Aber das ist halt Farben auf hohem Niveau. Also das kann man jetzt nicht vergleichen mit normalen Spielern. Da hinten haben wir etwas an. Da war so ein Gebäude gestanden, da wo jetzt die Werkstatt steht. Was hat denn das Gebäude für eine Funktion? Da habe ich wieder hingelegt. Da ist eine gute Reichernte. Eine Million wert. Ah, verkauft, nur 10.000 kriegt. Aber das war mir wurscht. Ein Gebäude, was keinen Sinn hat, hat bei mir nicht zu stehen. Auch wenn das eine Million, äh, äh, ein Wert hat von einer Million, wo andere Spieler, äh, erpusten. Wenn sie das haben, so, buh, da sage ich, lächerlich. Weg mit dem Mist. Gut, ja. Grundstück wird immer noch nicht freigegeben. Ich wollte es eigentlich live präsentieren, aber aus irgendeinem Grund, ähm, gibt das Spiel da nicht so ganz hinterher. Das heißt, ich möchte das jetzt erst hochrechnen bis auf Null. Und dann erst, wenn er sagt, okay, die Bilanz stimmt wieder, äh, Kredit ist aufgehoben, dann kennen wir wahrscheinlich die Tiere und machen mein Grundstück frei. Äh, ein wenig ja lächerlich, aber so ist das halt mit dem Geld. Wenn die Banken die Hand zudrehen, dann geht halt nichts. Servus. Äh, ein wenig ja lächerlich. Untertitelung des ZDF, 2020